Ich stehe hier vorm TUM Tower. Hier sitzt neben der Dieter-Schwarz-Stiftung auch die TU München mit ihren Vorlesungs- und Seminarräumen drin. Und gleich treffe ich Prof. Dr. Kretschmer. Er ist nicht nur Gründungsdekan, sondern tatsächlich auch Beauftragter vom Präsidenten der TU München für den Campus Heilbronn. Und er wird uns alle Fragen rund ums Studium hier beantworten. Wir sitzen jetzt drin, um darüber zu sprechen, welche Informationen ihr braucht, um zu entscheiden, ob das vielleicht ein Studium für euch ist. Und meine allererste Frage wäre, welche Fachbereiche werden hier am Campus angeboten? Also hier am TU München Campus Heilbronn bieten wir an Betriebswirtschaftslehre mit einem Bachelor-Studiengang in Management and Technology, Master in Management und einem berufsweiterführenden Studiengang Master in Management Innovation und ab dem Wintersemester 2020, 2021 aus der Informatik ein Bachelor-Studiengang in Information Engineering. Also zwei Fakultäten, die sich sehr eng miteinander verzahnen können, weil Management und digitale Technologien sind zwei Themen, die ganz eng verknüpft sind. Als ich in die Stadt gekommen bin, dann habe ich direkt gelesen, es ist jetzt eine Universitätsstadt. Was hat sich in den letzten Jahren alles geändert? An dem Bildungscampus hier in Heilbronn ist jetzt mittlerweile auch die TU München als Universität da. Es freut uns sehr, dass die Stadt das zum Anlass genommen hat, das Ortsschild zu ändern. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, das Ortsschild ändern ist noch nicht alles, sondern jetzt muss Universität im Ort ankommen, in der Region ankommen. Und wir wollen alle begreiflich machen, was Universität eigentlich ausmacht. Nämlich nach Wissen zu suchen, neue Ergebnisse zu schaffen und eine durchaus kritische, aber gestaltungsförderliche Grundhaltung herbeizuholen. Und das ist ein Entwicklungsprozess. In der Wissensstadt Heilbronn stellt man jetzt glaube ich so langsam fest, es gibt noch einen Spieler mehr. Wir sind ja nicht die Einzigen, die da sind. Und wir freuen uns, dass wir mit vielen anderen gemeinsam dieses Thema Wissensökonomie, Wissensstadt voranbringen können. Durch dieses Wachstum sind viele neue Studierende dazugekommen. Es sind viele neue Professorinnen und Professoren dazugekommen. Hat das was daran geändert, dass es diese kleinen Gruppen gibt, die ja tatsächlich für den Bildungscampus immer sehr wichtig waren? Nein, hat sich nicht geändert. Schon deshalb nicht, weil wir glauben, dass Lernen ja nicht nur auswendig lernen sein kann, sondern auch üben, erfahren und dass es in kleinen Gruppen sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt 230 Studierende, Zielzahl sind 13 Professoren. Wer da teilt, weiß, dass da keine großen Zahlen rauskommen und wir haben es auch gar nicht vor. Denn das, was wir in dieser Integration, Management, Technologie machen, setzt voraus, dass man wirklich die Erfahrungen schafft und die Internationalität des Kollegiums nutzt, ganz verschiedene Erfahrungen mitzunehmen. Das sieht man an den vielen Seminaren, die angeboten werden. Weit mehr, als man unbedingt braucht. Was aber den vielen Interessen der internationalen Kollegen, die jetzt schon da sind, entspricht. Das Stichwort international ist hier schon sehr gut. Die Vorlesungen, die finden ja zu großen Teilen auch auf Englisch statt. Ist das was, was die Bewerberinnen und Bewerber abschreckt? Nein, es ist deshalb nicht abschreckend, weil wir geübt haben, es den Bewerberinnen und Bewerbern als Chance darzustellen. Wir setzen ja nicht Perfektion voraus. Das kann man üben. Und je mehr man sprachliches Ausdrücken in einer anderen Sprache übt und das als normal empfindet, desto eher weiß man auch, wo man nun das Vokabular lernt. Wir bieten Kurse dazu an. Und so wie wir internationale Studierende hier empfangen, die des Deutschen noch nicht mächtig sind und denen Deutsch beibringen dürfen, so bemühen wir uns auch, das Englische eben mit beizubringen. Und ich selber habe in den USA gelehrt und dann auch bin da hingegangen, ohne perfekt Englisch zu können. Übung macht den Meister. Das gilt für die Sprache. Und ich glaube, wir haben es geschafft, dass man das nicht als Abschreckung sieht, sondern als Chance in einer Umgebung, wo nicht Perfektion erwartet wird, das einfach zu üben und sich anzueignen. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt viele internationale Studierende hier. Wie ist das denn im Laufe des Studiums? Funktioniert das mit der Integration? Also wenn ich mit den internationalen Studierenden rede und wir haben ja nicht so viele, dass wir nicht mit den Studierenden in Kontakt kommen und mit ihnen reden können, höre ich keine Klagen, dass sie sich unwohl fühlen, sondern die Größe der Stadt, die ja nicht so überbordend riesig ist, das ist ein Vorteil. Auch das Willkommenheißen der Menschen aus allen internationalen Regionen ist ein wichtiger Punkt. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben ja nicht ganz wenige Studenten, die nicht aus Deutschland kommen, sondern in einem Studiengang mehr als die Hälfte, die nicht aus Deutschland kommen. Und dann ist das schon wieder eine eigene Gruppe, die sich zusammen weiterentwickelt. Und sie finden auch auf der Fakultätsebene internationale Erfahrung, wo sehr viele der Kollegen, wenn sie schon nicht wie Ingui Shee aus China kommen, wissen, wie das ist, wenn man sich in einem anderen Land zurechtfindet. Und wir versuchen das auch im Studienplan so zu machen, dass wir gerade heute beschlossen haben, sozusagen den Nachmittag oder den späten Nachmittag für die Sprachkurse freizuhalten, sodass man da auch wirklich hinkommt. Heilbronn ist ja ein ganz besonderer Standort, wo es viele Firmen gibt, die sehr erfolgreich sind. Profitieren die Studierenden davon? Heilbronn-Franken gilt ja als die Region der Weltmarktführer. Viele Firmen, die die Kundigen sehr gut kennen weltweit, die aber, wenn man sie auf der Straße so fragen würde, nicht viel sagen. Und wir haben viele Bemühungen, erfolgreiche Bemühungen, unsere Studierenden mit diesen Firmen in Kontakt zu bringen. Denn die suchen natürlich nach Mitarbeitern aus aller Herren Länder. Und wir können das mit Praktika, aber auch mit Studienarbeiten tun. Wir haben mit den Firmen engen Kontakt, eigene Stelle, die sich um diesen Ausgleich kümmert. Und das ist auch für manche Studierende eine Motivation, hierher zu kommen. Weil sie sagen, wo sonst haben wir die Chance, in den als sehr innovativ bekannten deutschen Mittelstand wirklich reinzukommen. Die großen Unternehmen kennt man vielleicht weltweit. Aber all die, die sozusagen als Hidden Champions führen sind auf der Welt, mit denen in individuellen Kontakt zu kommen, das geht in den Studentenmengen, die wir haben, sehr gut. Und wir freuen uns, dass in der Region Heilbronn-Franken, und man uns immer fragt, habt ihr da nicht noch mehr? Und meine letzte Frage wäre, haben Sie einen Rat für eine Person, die jetzt vielleicht anfangen möchte, zu studieren, hier am Campus? Also wenn Sie mich fragen, wie junge Menschen sich ein Studienfach oder einen Studienort aussuchen, sollen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dem, was man als Neigung verspürt, auch tatsächlich zu folgen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Und auch zu sehen, dass man in diesen Jahren ja auch ausprobieren kann, zu erfahren, ob einem eine Sache liegt. Wenn sie einem nicht liegt, dann weiß man das immerhin. Und wenn sie einem liegt, hat man was gefunden, was einem liegt. Also in beiden Fällen kommt ein gutes Ergebnis raus. Bildungscampus hier ist deshalb so spannend, weil ganz unterschiedliche Bildungsinstitutionen da sind. Also da wird ein Austausch stattfinden. In dieser Wissensstadt kann man sich mit anderen austauschen. Und Universität heißt ja auch immer, neugierig zu erkunden, welche neuen Fragen kann man finden. Und Engagement ist allemal willkommen. Also wenn jemand sagt, ich will eine Menge lernen, aber ich will auch was verändern, dann her mit der Person. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich würde sagen, ihr habt alle Informationen, die ihr braucht. Und jetzt liegt es an euch, sich damit auseinanderzusetzen, ob ihr hier vielleicht studieren wollt. Und dann bewerbt euch einfach.